Hallihallo und herzlich willkommen zurück zur Prädikatenlogik. Prädikatenlogik stimmt heute zwar nur bedingt, weil wir eigentlich was in Aussagenlogik machen, aber besser als gar nichts. Und zwar, wir fangen leicht an und zwar mit dem Resolutionskalkül. Fangen bei der Aussagenlogik an und nächstes Mal zeige ich euch dann, wie man das Ganze bei der Prädikatenlogik macht. Gut, also das Resolutionskalkül hat allerdings nur eine einzige Regel und auch relativ viele Voraussetzungen, nämlich die Formel muss in konjunktiver Normalform sein. Achtung, das hier ist konjunktive Normalform, also Konjunktion, hier steht in uns, theoretisch, ich habe es weggelassen, andere Schreibweise, Konjunktion von Disjunktion. Kennt ihr alles, ist nichts Besonderes. Und wie man jetzt beweisen kann, dass A wahr ist, beziehungsweise immer wahr ist, man sagt einfach, nicht A, das war das Falsche, also nicht A ist immer falsch. Also führt es zu einem Widerspruch. Und diesen Widerspruch machen wir im Resolutionskalkül. Genau. So, jetzt habe ich das mal ein bisschen, ja, so ist besser. Okay, das Resolutionskalkül, wie gesagt, hat nur eine einzige Regel, die eigentlich auch recht gut erkennbar ist, und zwar sagen wir folgendes. Wir nehmen uns eine Klausel, also das hier sind ja, das hier sind ja Klauseln, das hier und das hier ist eine Klausel, und wir schnappen uns diese Klauseln, nennen die einfach mal C, und, na, C ist vielleicht schlecht, nennen sie P und Q, sagen P ist, es ist doch immer dasselbe mit diesem Programm, P ist Not B oder C, also Klauselschreibweise bedeutet, wir schreiben hier kein Not mehr hin, sondern wir schreiben nur noch ein Komma hin, und Q ist, ich möchte jetzt allerdings hier ein anderes Q haben, denn sonst geht das nicht, deswegen sagen wir hier, das Ganze ist B oder D, genau, und Q ist dann in dem Fall B oder D, also B, D, was ich erst noch tippen muss, so, und wenn wir jetzt das so haben, dann spalten wir einfach von diesem P und von diesem Q etwas ab, und zwar so, dass wir beim einen ein genottetes kriegen, und beim anderen kriegen wir ein nicht genottetes, also zum Beispiel sagen wir, wir nehmen hier Not B und hier nehmen wir B, dann haben wir ein positives Literal und ein negatives Literal, und dann nehmen wir die zusammen und lassen sie einfach raus, denn es kann ja nicht B und B, kann ja nicht beides wahr sein, es kann nur eins davon wahr sein, und ja, dadurch sagen wir dann einfach, okay, was hier rauskommt, das nennt sich übrigens Resolvente, das ist nur noch, ach, komm schon, C und D, so, und ja, das ist eigentlich die einzige Regel, die wir haben, wir nehmen uns aus zwei Klauseln, nehmen wir uns, wir nehmen uns genau dieses eine, diese beiden Variablen hier raus, die nicht in beiden Formen vorkommen, also positiv und negativ, und schmeißen die in eine neue Klausel, denn jetzt heißt es so viel wie, entweder ist C war oder D ist wahr, und so, und jetzt können wir immer noch nicht viel damit anfangen, aber ich zeige euch, wie man viel damit anfangen kann, sagen wir einfach mal, wir haben hier dieses C und dieses D weg, ja, also wir haben nur noch die Formel nicht B und B dastehen, die wissen wir ja, ist immer falsch, so was dann bei der Resolvente hier rauskommt, ist folgendes, wir haben hier eine leere Menge, und wenn ihr jemals auf so eine leere Menge stoßt, dann heißt es, dass die Formel A unerfüllbar ist, also es gibt keine Lösung dafür, niemals kann es eine Lösung dafür geben, wenn jetzt diese Resolvente, wie gerade eben, ich mache das nochmal alles rückgängig, wenn es diese Resolvente irgendwelche Elemente hat, dann heißt das eigentlich gar nichts, es heißt nur, dass es eine Möglichkeit gibt, dass die Formel wahr ist, es heißt aber nicht, dass es, dass es zum Beispiel immer erfüllbar ist, das bedeutet das nicht, aber wenn wir zum Beispiel rausfinden, wenn wir jetzt A negieren, und dann wieder in konjunktiver Normalform haben, also Achtung, wenn wir es negieren, muss das danach auch wieder in konjunktiver Normalform sein, deswegen ist es relativ aufwendig, aber wenn wir not A zu einem Widerspruch führen, dann wissen wir, dass A immer wahr sein muss, gut, und ja, so kann man das benutzen, eine kleine Anwendung habt ihr auch schon gesehen, für eine kleine aussagenlogische Formel, und nächstes Mal geht es dann weiter, wenn wir das Ganze auf die Prädikatenlogik übertragen werden, gut, alles klar, dann bis zum nächsten Mal, ich hoffe es hat euch gefallen, und wir hören uns, bis dann, ciao, ciao, 7- Euro. .